Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mache, was dir gerade Lust bereitet. Vor allem kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern. Es wird dir leicht fallen, für deine eigene Zufriedenheit zu sorgen. Achte bitte darauf, die Dinge zu tun, die dir Freude bereiten und gut tun. Dann macht dir diese Woche richtig Spaß und du kannst es mit einem guten Gefühl abschließen. Möchtest du für etwas Ordnung sorgen, dich um Papierkram kümmern oder ähnliches, sehr gut. Auf diese Weise nutzt du die Woche optimal, denn die Sterne machen dich sachlich und fördern klares Denken. Große Pläne solltest du noch nicht anpacken, sondern dich lieber den kleinen Dingen widmen. Das war's dann auch bis zum nächsten Mal. Das war's dann auch bis zum nächsten Mal. ないl回ung. Das ist der Grund, wenn du gegenden faminest. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020